Musik Wir sind hier in Frankfurt im Palais und wir wollen uns mal von der Edison Move On Veranstaltung begeistern lassen. Letztes Jahr waren wir schon mal bei der Veranstaltung von Move On und es war wirklich super und darum sind wir neugierig und sind dieses Jahr einfach nochmal gekommen. Ja, ich erhoffe mir, dass ich was Neues über die Digitalisierung in der Steuerberatung erfahre und die Neuentwicklung. Ich habe mich schon ein bisschen informiert und freue mich schon drauf. Musik Hallo und herzlich willkommen hier in Frankfurt. Musik Also ich finde die Erfassung sehr, sehr hervorragend. Das Ambiente hier unten, das ist so ein bisschen futuristisch, aber passt vielleicht auch zum Thema. Musik Also ich, die Anstaltung gefällt mir sehr gut und die hat bisher meine Erwartungen übertroffen. Musik Herzlich willkommen zurück. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Das fühlt sich schon ein bisschen, also perfekt an, würde ich schon sagen. Ich denke auch, dass die Version 2 richtig am Markt einschlagen wird. Sehr modern, sehr schick, aber die Veranstaltung ist auch sehr interessant, also es öffnet einen wie auf. Vielen Dank, Anhalte. Es war wunderbar, kurzweilig, sehr interessant, sehr innovativ und wir hoffen einiges für unsere Kanzlei mitnehmen zu können. Das war super, ganz toll, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also es war beeindruckend, ganz einfach. Also nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Vielen Dank.